Yo Leute, was geht? Heute habe ich mal wieder einen richtig geilen Unlimited Money Job für euch und zwar befindet sich der Link in der Videobeschreibung, ihr kriegt durch einmal töten 10.000 Dollar ihr seht es im Hintergrund Leute, es ist zu heftig, macht den Job so lange wie es noch geht bis Roxy in Patch Leute, das heißt macht ihn so lange mit euren Freunden, kommt in meine Community, kommt in meine Crew in GTA, alles unten in der Videobeschreibung verlinkt Leute, macht es auf jeden Fall, ich habe ja gerade noch ein All-All-Gewinnspiel am Laufen, deswegen lasst da auch schon ein Like da, dafür müsst ihr noch einen Kanal abonnieren, in die Kommentare schreiben, Hashtag Team Piero, warum ihr gewinnen wollt Leute und einfach mir noch auf Instagram folgen und meine Bilder liken, der Link dazu ist in der Videobeschreibung und ich hoffe es hat euch gefallen, wie gesagt lasst ein Like da Leute, macht es so lange wie es noch geht, ich bin raus, haut rein und Ciao